Guten Tag zusammen, mein Name ist John Markov und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jans Welt der Deutschen Sprache. Das ist das 26. Video aus der Videoreihe Die Aufgaben zu Lektionen. Und in diesem Video präsentiere ich Ihnen die Aufgabe 16 zur Lektion 21, Tiere und Steigerung der Adjektive. Los geht's! Übersetzen Sie die Sätze aus dem Serbischen ins Deutsche. In dieser Aufgabe bekommen Sie zehn Zeze, diese aus dem Serbischen ins Deutsche über Zezen sollen. Dafür haben Sie zehn Minuten Zeit. Prevedite rečenice sa srpskog na nemački. U ovom zadatku dobit ćete deset rečenica koje treba da prevedete sa srpskog na nemački jezik. Za to ćete imati deset minuta. Untertitelung des ZDF, 2020 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 2. Welche Fremdsprache sprichst du am besten? 3. Wo ist man hier am besten? 4. Wer läuft hier am schnellsten? 5. Mein Bruder springt am höchsten. 6. Heute geht's mir am besten. 7. Welche Sprache lernt man am leichtesten? 8. In Serbien hört man am meisten Turbofolk. 9. Welche Farbe ist am dunkelsten? 10. Arbeitest du am Montag am längsten? 10. Und das war alles in diesem Video. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen allen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Glockenze Untertitelung des ZDF, 2020